wir haben wieder zwei dirts lege ich in die kiste rein passt mal auf ich nehme jetzt unten auf zwei volle oxygens ich gehe mal ganz kurz gucken ob ich zu abendessen ich komme dann später wieder okay okay ich gehe mal ganz kurz hinter der base rausgucken ob ich ein dungeon finde für werkzeuge aber kannst du den boss denn überhaupt schon? nö ich klatsch nicht den boss ich gehe nur die kisten looten die in den vorräumen sind ich versuch es zumindest bei mir war es immer so dass da keine kisten also ich hatte bei dem sky projekt immer kisten das problem ist bloß ich muss noch mal zurück ich habe essen vergessen das wichtigste vergesse ich wieder das leckerste von allen und du wirst angegriffen und du hast doch gerade schaden bekommen bei uns oder? nö wir hätten hier jetzt gerade schaden bei uns gekriegt keine ahnung ich nehme mir mal 20 food dinger mit noch mal gucken ob ich irgendwo was finde womit wir die dinger abbauen können wahrscheinlich dann mit eisen ja oder mit diesem direkten ähm direkten und das blott melding mit dran ja habe ich doch vorgelesen gehabt wie viel ich brauche acht saplings für ein blott wir haben über 50 stück ja deswegen hätte ich jetzt gesagt dass ich mich so was herstellen mach die drei barrels zum ersten mal voll und wir kriegen ja instant wieder neue saplings raus mit der crook jetzt haben wir noch 35 hier ist einfach nichts hinter unserer base vielleicht finde ich auch äh wie ist es gar nicht gab es auf dem munddorf ja gab es vielleicht finde ich ja eins ich muss mal nur merken in welche richtung ich die ganze zeit springe wäre sinnvoll hab ich jetzt den kanister raus ja du musst also wenn ihr aus den kanistern essen tut musst du aufpassen die aluminium kanister die bloppen aus dem inventar raus ok ja warum die aufheben wenn man die später sowieso brauchen zum craften äh äh ging das mit dieser mit dem luftbubble auch dass der ganze raum dann mit luft gefüllt ist ja wenn er luftdicht verschlossen ist und das ist unser sogar also es sind alle ok was braucht man dann dafür ähm Stahl äh nein für welchen vielleicht was für einen Block man dafür äh äh gib einfach in der suche ein Oxygen und dann ist es das dritte gerät da steht auch da Oxygen Bubble Compressor oder sowas ja aber es gab ja dann äh controller, compressor, decompressor, decompressor jetzt müsste der bubble das bubble nix kommen ne ich... es gab ja noch was anderes außer ja dass der strom kriegt das hat der co2 im sky projekt gemacht der hat auch strom von seiner äh overworld base genaut nein nein ich mein ähm dass man nicht die bubble erstellt sondern der ganze raum einfach ach so das weiß ich nicht äh ob es das hier überhaupt schon gibt weil es sind ja... aber es nicht Sila weiß ich nie... bin ich jetzt ganz ehrlich das weiß ich wirklich nie hm... seo 2 äh ich würde ihn jetzt... du kannst ihn gerne fragen im sky... ach ja... ich warte auf die Dungeon... ach du scheiße ist die Schildbegrenzung klein... ach hast du es gerade per msg geschickt? nein nein... ich schreibe... ich würde sie zu den öffentlichen Chat schreiben mir wird dann nichts angezeigt ne ich habe sie auch nicht abgesendet ach so... bloß beim schreiben äh... bloß beim schreiben äh... wollte ich halt schreiben äh... äh... wie dieser heißt beziehungsweise... ob es diesen in die... äh... in der... ob es den in... der... und bei der geht es halt dann weg kann ich nicht weiter schreiben dann schreibst du 2... äh... 2 mal ich schreibe einfach... der muss ich dann eh erstmal durchlesen und in der Zeit hast du die Möglichkeit... also in der... ja doch mit die Möglichkeit ähm... na sag schon... ähm... die zweite Nachricht zu verfassen aber das Schöne ist man kriegt keinen Fallschaden sag ich doch das war der Sealer danke der Sealer ja dafür brauchen wir Oxygen Vent Compressed Tin oder Titan... ja Tin dafür brauchen wir... den Compressor Compressor und den brauchen wir später sowieso... für die ganzen... Platten äh... Compressed Steel... das ist der Sil... Basic Flavor also ich habe jetzt noch... Silicone kein einziges Monddorf gefunden... geschweige denn... ein verdammtes Dungeon das sieht mir ganz nach dem Dungeon aus... das sieht so gleich aus... toll... stinkt nochmal das fast gleiches Loch... ah ja komm... hört doch auf mich abzuschießen... hm... seltsam... es gibt nur den... sie brauchen Anvil... Aluminium... Papa... Basic Wave... von... da brauchen wir einen Diamanten... hm... Tja... hm... ja... es ist auch ein bisschen hin... alles wir brauchen jetzt erstmal Erze... hm... das brauchen wir sowieso... dafür brauchen wir... Zerblings... Dirt... also Zerblings und dann Dirt... hm... Ach du Scheiße... ein großer Baum ist mit... mit Dingen... mit Fäden... Ja... äh... wir müssen auch aufpassen dass... auf der anderen Seite kein großer Baum wächst... und der alle... äh... restlichen infiziert... Ich wollte den grad sowieso abbauen... also... okay... so fern ich... da irgendwie... hoch... Ich blöd... ich kann doch abbauen... Wieso spawnen hier hinten? Ups... hier sind doch gar keine Chunks geladen... Doch... du bist doch in der Nähe dann... Naja... aber so schnell passiert das doch nicht... außer hier ist ein Dungeon... weil in den Dungeons waren die Chunks... der Club auch geladen... aber... ist kein einziger Eingang zu sehen... wie war das mit... dass man alle auf einmal ab... Einfach den untersten Block... wenn du keine Leaves abbaust... unten den untersten Block abbauen... aber... du kriegst halt... selbstverständlich raus... aber weniger... als wenn du sie mit der Croc abbaust... ja dann... wieso kann ich denn... ist das einfach nur zum... äh... Start da... also... musst du wissen... ob du sie jetzt so abbaust... oder ob du erst die Leaves mit der Croc abbaust... ich mach die Leaves für Hand... äh... craftet ihr doch eine Croc? ja... meine ich einfach mit der Croc... achso... und danke für den Boost Spinne... also ich hob hier jetzt seit... gut 8 Minuten rum... nix gefunden bisher... hm... nicht mal ein... kleines Dungeon oder so... jetzt frag ich mich... waren auf dem Mond... na doch... hier war doch dieser... große Enderman... ne... oder das große Skelett... hm... ey... das ist jetzt aber seltsam... hm... ich spring jetzt wieder so leicht... in die Richtung zurück... dass ich heme komme... vielleicht finde ich da noch mal was... weil unter die Erde will ich nun... ohne gerade wirklich... ohne Fackeln... weil da brauchst du Close Down dazu... damit die anbleiben... hm... ich will jetzt irgendwie... die ganze Folge hier nur... auf dem Mond rumrumpften... woanders geht man ja noch nicht hin... ne... also... äh... ich glaub das wird noch weichend dauern... es sei denn... wir setzen uns mit Mindschirm hin... damit kannst du auch... Club Sachen craften... hm... wie Dirt und sowas... aber da brauchen wir erst so ein Buch dazu... ich weiß nicht wie man das craftet... ach... das ist dieses... äh... Ding... mit Chemikalien... mit... wo CO2 sich so drauf gefreut hat... äh... das ist... äh... mit einem Buch und Glas... haben wir Sand? ne... äh... wir haben hinten Sand... legen... ja... 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 ich glaub aber eher... dass das für... Dings ist... für Zuckerrohr... weil... aus irgendeiner Käst... kriegst du Zuckerrohr... kann gut sein... aber... ähm... eins... ne gut... Zuckerrohr braucht sowieso Wasser... also... ja... und Wasser wird hier gefrieren... auf dem Mond... das ist ja regulär kälter als auf der Erde... ich geh jetzt mal hier unter die Erde... ich muss jetzt einfach mal gucken... eigentlich brauche ich die... äh... die Stämme ja nicht abbauen... die gehen die Zacken ja dann von alleine... oder? ne... wenn die Leafs nicht mehr dran sind... musst du die Stämme einzeln abbauen... ach schon... ok... keine Ahnung wie man die Mod nennt... aber die ist in vielerlei Hinsicht zwar gut... aber dann auch wieder nervtötend... ich war jetzt in der Höhle drin... den Weg hätte ich mir auch sparen können... darunter... jetzt werde ich noch von... von zwei Spinnen verfolgt... ernsthaft... ach kommt schon... das Skelett hat zwei... äh... ja... haben alle Skelette... oh... ich habe zwei Spinnenaugen... wir haben aber bestimmt für irgendwas gebrauchen können... mhm... mit Sicherheit... hm... aber es ist seltsam... dass ich kein einziges Dungeonloch finde... da hinten sieht es mir nochmal so aus... mhm... die waren ja auch da... äh... auf... sky... warte was... ach ne... warte mal... das ist ja vorhin... extra Utilities... ehh... hm... da weiß ich nicht... ne... der Mod ist nie drauf... so... die Höhle war wieder ein Fail... so... die Höhle war wieder ein Fail... hm... 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 so... ich schaffe es jetzt noch... sie hätten mir meine Axt da lassen sollen... äh... ich bin gleich wieder da... oder du craftest die schnell, ehna... ach nee... das ist bisschen holl... ne... ich bin sowieso gleich wieder da... ich hab äh... zwie Steine Äxte im Inventar... hm... ey... ich hab keine Siemeine gegeben gehabt... ja... aber weil ich mit denen Kämpfer halt... äh... und dadurch dass du hier noch keinen Cooldown hast... ist das gut... wie cool... ach so... 1... 7... scheiße... jetzt ist mir das Loch gefallen... du meinst den... äh... ja... den Kampf Cooldown noch... ja... Loch... 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 ach komm komm... ach... 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 ich glaub du müsstest mir mal kurz die... Koordinaten sagen... ich bin etwas... ähm... orientierungslos gerade... minus 41... 208... minus 41... 208... ok... einfach straight in die Richtung... da kümmern sich gerade welche um die Monster... die kriegen keine Bezahlung... hatte ich auch nicht vor gehabt denen weiß zu geben... au... na... vorhin sind Roboter durch die Gegend gelaufen... und haben die Mobs gekillt... davon hab ich noch äh... Patronenhösen eingesammelt... was... ja... ja bei mir war... wo das vorher so rumgepackt hat... wurden mir welche angezeigt... aber... da wusste ich nicht wirklich... ob das jetzt... gewollt oder nicht gewollt war... ja... ich weiß es auch nie... aber... es war lustig... auf jeden Fall... wahrscheinlich war das... mit irgendeiner Quest... oder sowas... 3... 4... gut... ich bin voll gefressen... ahhh... Hallo Skelett... so... mein erster Lufttank ist jetzt leer... Ehenfall... 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 Schießen rechlichen Ritter auf mich... Au... 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 Nicht sterben... auch wenn das ne Quest ist... aber trotzdem nicht sterben... Wer dann bin ich denn der... der sich für's Team opfert... Man kann die Quest sowieso wiederholen... also von dem her... aber das... man kriegt da eigentlich nur Zeug raus... was man äh... dann... verliert... sag schon... ja... bloß halt da die schlechtere Variante... dass man halt überlebt... Na toll... Nicht sterben... Hatte ich nicht schon... Ey... also... entweder sind die Dungeons... hier deaktiviert auf dem Mond... weil... links drauf ist... Ich glaube wir sind jetzt gerade dabei... rauszufinden... wie man die Spionieren hat... Hm... also... ich glaube die Dungeons auf dem Mond... sind deaktiviert... So... ich vielleicht mal ein bisschen... mal greife... und hier... und so... also es ne... ein bisschen aus... das doch... die haben schon... Hä? Was haben die schon? Die haben schon die Fackeln... Dann sind die in den Quests auf jeden Fall weiter... oder? Die hatten... das Glück und haben doch einen Dungeon gefunden... aber das bezweifle ich... Hm... nicht nur du... Und... Cheaten geht ja nicht... Aber ich habe unsere Base... Außer W2... Ja... Ich habe unsere Base wieder gefunden... Jetzt laufe ich hier mal ein bisschen... am... Rand der anderen vorbei... Melvin ist schon wieder ganz alleine... in Astronauten 2... Hm... Shadow kommt halt wohl nicht mehr online... Ach ja... Tyrox muss ja... Dings... Es hat Zeit... Hm... Seine... Real-Life-Verpflichtungen... Aber die gehen vor... Und das weiß er auch... Mhm... Ich spring jetzt noch ein bisschen um die Bases herum... Ja... Und... Ist mir jetzt auch egal wie lange die Folge wird... Man wird es halt 20-25 Minuten lang... Ah... Das ist halt so eine Farm-Time... Slip es raus... Ja... Nö... Ich... Lass das schon so wie es ist... Aaaaaber... Hier ist ein gleichmäßiges Loch... Okay... In der Nähe der Basen, oder? Warte... Ich spring runter... Oh Gott... Ich habe Käseerz gefunden... He... 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 Es ist auf jeden Fall kein Dungeon... Ich... Okay... Ich bin am Bedrock... Oh... Wie wirst du da jetzt wieder hochkommen? Ja... Ja... Gute Frage... He... Da ist mich... He... Is... Or... Das wäre in der Neникаführung...